Vielen Dank, meine Schüler. Herzlich willkommen. Und gelb? Also wir sollen doch für die Liberalen gehen. Nein, einstimmig vielleicht. Einstimmig für die Liberalen. Ja, Frau Merkel, herzlich willkommen hier in Freiburg. Hatten Sie eine gute Anreise? Ja, ich hatte eine gute Anreise und ich soll Sie erstmal alle ganz herzlich von Wolfgang Schäufe grüßen, der nämlich in Freiburg geboren ist und heute 75 Jahre alt wird und deshalb war ich in Ortenburg. Und er hat gesagt, grüßen Sie mir meine Geburtsstadt. Hatten Sie denn eine schöne Feier? Naja, es war ein bisschen kurz, weil ich hier nach Freiburg jetzt wieder musste. Aber Jean-Claude Juncker war da, der Präsident der Europäischen Kommission und es waren natürlich viele, viele Wegbegleiter von Wolfgang Schäufe da. Und unsere Kollegen waren zum Teil auch da. Peter Weiß war da, aber die sind dann gleich los, damit wir auch in Freiburg sein können. Wir sind gerne hier nach Freiburg gekommen und die anderen sollen weiter schön feiern. Wir sind ja quasi auf der Zielgeraden, die letzte Woche vor dem 24. September. Was hat sich für die letzten Tage in der Zeitung vorgenommen? Ich habe mir vorgenommen, natürlich überall meine Kollegen zu unterstützen, hier mit Herrn von Marschall. Aber, meine Damen und Herren, vor allen Dingen auch, ich sage es nachher nochmal, aber doppelt fällt vielleicht besser, ganz deutlich zu machen, die CDU hat keine Stimme zu verschenken. Wir sind so ein bisschen in der Situation, dass man sagt, aber ist die Wahl nicht schon entschieden? Und ich rufe Ihnen zu, sie ist es nicht und wir müssen um jede Stimme kämpfen, denn wir wollen Stabilität in Deutschland und dafür ist die christlich-demokratische Union mehr gehalten. Ich lasse Ihnen an das Wort erteilen. Vielen Dank.